hallo ihr lieben und herzlich willkommen bei renas live heute zum 178 let's play der sims 4 beim letzten mal habt ihr wieder wahnsinnig viel alltag gesehen aber ihr habt auch bemerkt so wie ich dass rena in einem tag zur seniorin wird und angela wird in naher zukunft davon scheiden oder davon leben oder wie ihr das auch immer ausdrücken möchte und ja wir sind mal gespannt was passiert und viel spaß soo rena ist unwohl ganzen ok elias ist wach und der gute ist nun auch was ja angela wird bald gehen denke ich so gut ähm schnell ab allzeit joghurt na joghurt verwenden duschen öffnen ein gericht nehmen so massenversammlung gerade in der küche öffnen ein gericht nehmen was wir werden so wie glaubst du aussch auf der ist als dann irgendwas Dancen. Hunger, ähm, schnelle Mahlzeit, Serialien. Tobis Rente, Angelas Rente sind beide da. Ähm, ja. Elias ist noch ne Kleinigkeit. Marcel kann aufräumen. Oh ja, Angela war das sie da singt. Du schämt vor allem verstecken. Nee, du solltest dringendst eher auf Toilette gehen. Bevor du in die Schule musst. Und Rina muss auch in ca. einer Stunde bei der Arbeit sein. Äh, Angela hatte ein langes Leben, doch schließlich ist ihre Zeit gekommen. Das hohe Alter macht ihrem Leben ein Ende. Ups. Ersetzen. Lassi-Clan. 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 Angela. So. Nun ist auch dir Zeit für Angela gekommen. Wir versuchen aber dennoch, die anderen dann mal weitermachen zu lassen, hier. Schau mal, Zeit essen, Joghurt. Schwarze Witwe lasse einen Sim5-Ehepartner überleben. Okay. Dann muss derjenige welche aber schon, ähm, irgendwie möglichst früh heiraten wahrscheinlich. Oh. G-g-g-g-g-g-g-g-gott! genau marcel ist zwar der partner so paolo geht dann auf jeden fall noch mal verwenden und duschen duschen öffnen kochen partygröße so 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 nun sind wir nur noch sieben personen wie das halt dann nun mal so ist wenn jemand nicht mehr da ist so 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 ja würde ich sagen machen wir mit auf jeden fall wir werden mal die schule mit einem mädel schwänzen als elias und hoffen natürlich dass wir das mädel vielleicht ein wenig näher kennenlernen so 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 ihr lieben und mit dem date hier mit kim würde ich sagen hoffe ich sehe ich euch beim nächsten mal wieder und bis dann tschüss so 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 Untertitelung. BR 2018